Glückwunsch, das macht 0 Euro! Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 8. März. Verkehrsstörungen wegen Arbeiten im Hechtsheimer Tunnel. Wieder Warnstreik beim ZDF in Mainz. Neue Erkenntnisse zur Geldautomaten-Sprengung in Finden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Autofahrer müssen sich gedulden. Im Hechtsheimer Autobahntunnel der A60 stehen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an. Sie beginnen am heutigen Mittwoch um 20 Uhr und enden am Freitagmorgen gegen 5 Uhr. Dafür werden am Mittwoch zwischen 20 und 23 Uhr die beiden linken Fahrspuren in Fahrtrichtung Bingen für den Verkehr gesperrt. Der rechte Fahrstreifen bleibt befahrbar. Am Donnerstag werden zwischen Mitternacht und 5 Uhr die beiden rechten Fahrspuren einschließlich der Auffahrt Hechtsheim-Ost in Fahrtrichtung Bingen für den Verkehr gesperrt. Der linke Fahrstreifen bleibt weiterhin befahrbar. Auch die Fahrtrichtung Darmstadt ist von den Arbeiten betroffen. Am Donnerstag werden die beiden linken Fahrspuren in Fahrtrichtung Darmstadt von 20 Uhr bis 23 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der rechte Fahrstreifen bleibt weiterhin befahrbar. Am Freitag werden die beiden rechten Fahrspuren einschließlich der Ab- und Auffahrt Hechtsheim-Ost in Fahrtrichtung Darmstadt zwischen Mitternacht und 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der linke Fahrstreifen bleibt weiterhin befahrbar. In der Nacht auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bank-Service-Stelle in Mainz finden gesprengt. Mittlerweile liegen neue Erkenntnisse vor. Zeugen beobachteten, wie mehrere dunkel gekleidete Personen mit Gegenständen den vollständig zerstörten Pavillon auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und eines Drogeriemarktes verließen und mit einem dunklen Fahrzeug flohen. Im Umfeld des Automatenhöschens wurden einzelne Geldscheine gefunden. Die Polizei leitete eine überregionale Großfahndung ein, in die über 80 Kräfte eingebunden waren. Auch hessische Polizei, Bundespolizei und Wasserschutzpolizei beteiligten sich. Darüber hinaus wurde eine internationale Fahndung eingeleitet. Entschärfer des Rheinland-Pfälzischen Landeskriminalamtes suchten am Tatort nach Sprengstoffresten. Die Täter sollen Festsprengstoff eingesetzt haben. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf will bei einer Pressekonferenz heute um 11 Uhr ausführlich zu den Ergebnissen einer Missbrauchsstudie im Bistum Mainz Stellung nehmen. Die am vergangenen Freitag vorgestellte Studie des Anwalts Ulrich Weber hatte ergeben, dass im Bistum unter früheren Bischöfen Fälle von sexueller Gewalt jahrzehntelang verharmlost, nicht konsequent verfolgt und teils auch verschwiegen wurden. Erst unter Kohlgraf sei ein klarer Wille zur Aufklärung erkennbar. Bei der Pressekonferenz im Erbacher Hof werden auch General-WK Odo Benz und die bevollmächtigte Stephanie Riedfragen beantworten. Die Studie spricht von 181 Beschuldigten und 401 Betroffenen seit dem Krieg, bei denen sexuelle Übergriffe sehr plausibel seien. Weber, der vom Bistum mit der Studie beauftragt worden war, hatte bei der Vorstellung gesagt, dass das Bistum durch unangemessenen Umgang und mangelnde Kontrolle in vielen Fällen sexuellen Missbrauch begünstigt habe. Pfarrgemeinden hätten zudem eine Aufklärung erschwert und weitere Vorfälle ermöglicht. Bischof Kohlgraf hatte am Freitag in einer ersten kurzen Stellungnahme nach der Veröffentlichung von erschreckenden Ergebnissen und Verbrechen gesprochen. Ein ganzes System habe versagt. Bares für Rares statt Drehscheibe, Nachrichten aus der Konserve, beim ZDF lief am Dienstag zeitweise ein Notprogramm. Grund war ein erneuter Warnstreik der Beschäftigten. Nach einer ersten Aktion Mitte Dezember legten am Dienstag erneut zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders die Arbeit nieder, diesmal für vier Stunden am Nachmittag. Aufgerufen zum Warnstreik hatten die drei Gewerkschaften VRFF, Verdi und die JV. Nach Angaben der Vorsitzenden der VRFF-Betriebsgruppe im ZDF nahmen diesmal mehr als 500 Beschäftigte teil, und damit deutlich mehr als im Dezember. Beim ZDF schwelt seit Monaten ein Tarifkonflikt. Der alte Vertrag ist Mitte 2022 ausgelaufen. Die Gewerkschaften fordern einen Inflationsausgleich, insbesondere für die unteren Gehaltsgruppen. Das ZDF hatte zuletzt linear 2,8% mehr Geld plus 3.000 Euro Einmalzahlung geboten, allerdings bei elf sogenannten Nullmonaten. Den Gewerkschaften ist das zu wenig, sie fordern ein substanziell besseres Angebot für die nächste Verhandlungsrunde. Diese findet am Mittwoch statt. Die Lage hat sich noch verschärft. Nun fehlen nicht nur kindgerechte Antibiotika gegen Streptokokken bzw. Scharlach sowie Cephalosporine, wichtige Antibiotika Allrounder gegen Mittelohrentzündung, Bronchitis oder Harnweckinfekte. In der gelben Liste der Arzneimittel mit Lieferengpässen gesellen sich jetzt auch beispielsweise Acetromycin und Ciprofloxacin, die unter anderem ebenfalls bei Mittelohrentzündung eingesetzt werden, sowie weitere Penicillinpräparate hinzu. Bereits ohne diese Verschärfung beklagten Apotheken und Kinderärztevertreter katastrophale Zustände in der Versorgung mit Antibiotika. Was können Eltern tun, wenn keine passenden Antibiotika zu erhalten sind? Die Frage ist schnell beantwortet. Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte sagt, wir verschreiben ja Antibiotika nicht zum Spaß. Sie werden eingesetzt bei bakteriellen Infektionen, die genauso behandelt werden müssen. Insofern gäbe es keine Alternativen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de Gude Rheinhessen Gude Rheinhessen